Leute, ihr werdet es nicht glauben. Aber zuerst abonnieren sie unseren Kanal. Wir haben gerade heiße Nachrichten direkt aus China über das Habeck-Phänomen erhalten. Dort tut er sich schwer. Er erntet viel Kritik. Und das ist nicht alles. Es wird ihm immer peinlicher, sodass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit immer größer wird. Gegen Habeck sind zuletzt schwere Vorwürfe aufgetaucht. Im aktuellsten Video zeigen wir, wie sogar Baerbock auf diese ganze Situation reagierte. Leute, es ist wichtig, dieses Video zu teilen und einen Blick darauf zu werfen. Und denken Sie daran, sie ist nicht schlecht. Sie hat nur ein paar wirklich dumme Dinge getan. Also, wenn Sie können, hinterlassen Sie Ihre Kommentare und verbreiten Sie die Nachricht. Offenbar erhielten chinesische Zuschauer ein Statement, in dem erklärt wurde, warum China nicht nur über Deutschland lacht, sondern Habeck während seines Besuchs völlig im Stich gelassen hat. Kommen wir gleich zum Punkt. Alle waren überrascht, als Chinas Spitzenpolitiker das Treffen mit Habeck in letzter Minute einfach absagte. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll, und hat keinen Mut. Was halten Sie von Habeck? Hinterlassen Sie Ihre Meinung. Deutsche Politiker reisen immer mit dieser herrischen Einstellung nach China und wollen Lehren erteilen. Bringt das etwas? Kann mir jemand erklären, ob das in Macht oder nur Zeitverschwendung ist? Bevor wir dort sein schockierendes Video sehen, wollen wir kurz drei Punkte verstehen, um einen Kontext zu schaffen. Erstens ist die bittere Realität, dass China uns als Partner nicht mehr ernst nimmt. Zuletzt, vor diesem ganzen Skandal, sind die deutschen Exporte nach China im Mai stark zurückgegangen. Dies zeigt, dass China immer unabhängiger wird. Und natürlich kennen wir alle das Sprichwort. Die Chinesen kopieren alles. Die Amerikaner glauben, dass die Deutschen versuchen, ihren Weg zu kopieren. Und es scheint, dass China seine eigene Infrastruktur aufbaut und seine eigenen Produkte auf den Markt bringt. Jetzt liegt der große Fokus auf Elektroautos. China dominiert den globalen Markt für Elektroautos und vertreibt Elektroautos, als gäbe es kein Morgen. Unterdessen hat die deutsche Automobilindustrie Schwierigkeiten, mit dieser Geschwindigkeit Schritt zu halten. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein Elektroauto zu kaufen? Und was halten Sie von der Idee, Strafzölle gegen China zu erheben? Das bedeutet, dass chinesische Produkte, die in die Europäische Union oder nach Deutschland verkauft werden, stärker besteuert werden könnten. Die Situation wird sehr kompliziert. Um es besser zu verstehen, stellen Sie sich vor, dass die chinesischen und deutschen Führer zuvor alles im Geheimen besprochen und erst dann öffentlich gesprochen haben. Aber jetzt hat sich das geändert. Deutsche Politiker, vor allem die Grünen, äußern sich öffentlich zu China und lästern sogar ein wenig. Die Lage ist angespannt. Der chinesische Staatschef machte deutlich, dass er kein Interesse daran habe, Habeck zuzuhören, da er offenbar nur in Ecken rede und dann in der Öffentlichkeit schweige. Was halten Sie von all dem? Wenn man viel redet und nicht handelt, ändert sich nichts, oder? Und die Zeit, Dinge zu klären, wird immer kürzer. Was denken Sie, ist es gut oder schlecht für uns, mehr oder weniger mit den Chinesen zusammenzuarbeiten? Interessant ist, dass die Länder der BRICS-Gruppe, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, ihre Geldreserven verkaufen, um Gold zu kaufen. Die Zentralbanken dieser Länder kaufen viel Gold. Darüber hinaus wachsen die BRICS-Staaten wirtschaftlich deutlich. Ob sie es glauben oder nicht, es scheint, dass Deutschland selbst im Vergleich zu Venezuela wirtschaftlich zurückfällt. Es ist, als würden wir in einem seltsamen Film leben. Unser Wirtschaftsminister scheint hier nicht in der Lage zu sein, eine Lösung zu finden. Viele Bäckereien und Metzgereien, insbesondere Kleinbetriebe, leiden stark unter der Energiekrise und müssen schließen oder in andere Länder verlagern. Und es gibt noch mehr. Stellen Sie sich den Energieexperten in Saudi-Arabien vor, der diese Situation betrachtet. Es ist schwer, ihn ernst zu nehmen, besonders nach all dem Chaos. Es kommt uns sogar wie eine Komödie vor, wenn wir uns an vergangene Situationen erinnern. Ich gestehe, dass ich ein wenig verwirrt bin, wer dieses Chaos im Land beseitigen kann. Währenddessen kommt es in einem chinesischen Vorort langsam oder vielleicht sogar schnell zu einem Skandal. Wir erhielten von mehreren Zuschauern, obwohl wir das nicht persönlich verifizieren konnten, Nachrichten, dass dort auch gegen Habeck ermittelt werden solle. Ehrlich gesagt scheint es nicht mehr unmöglich zu sein, insbesondere wenn in China Beiträge wie dieser auftauchen. Was haltet ihr von all dem? Lassen Sie uns über diese Themen diskutieren und besser verstehen, was um uns herum passiert. Die Übersetzung von Green Content ins Chinesische wird immer häufiger. Aber während wir darüber diskutieren, passiert in Deutschland etwas Trauriges in Bezug auf seinen Wohlstand. Dies wirft eine wichtige Frage auf. Was ist hier das eigentliche Ziel der Grünen? Ich möchte hören, was Sie in den Kommentaren zu sagen haben. Was halten Sie von dieser ganzen Situation? Wir stehen vor einer der bislang größten Abholzungen, die in den kommenden Wochen erwartet wird, um Platz für Windparks zu schaffen. Dies wirft eine große Frage auf. Wie können wir unsere Umweltziele erreichen? Mehr noch, Wärmepumpen, die zum Betrieb Strom benötigen, gelten nur dann als umweltfreundlich, wenn sie Ökostrom nutzen. Das Problem ist, dass wir deutlich weniger erneuerbare Energien verbrauchen, als wir sollten. Während einige Länder wie die Schweiz über einen guten Ökostrommix verfügen, setzt man in Deutschland immer noch stark auf schmutzige Kohle. Was meinen die Grünen eigentlich mit all dem? Sind sie wirklich die Umweltschützerpartei, für die sie sich ausgeben? Was halten sie von dieser ganzen Situation? In den letzten zweieinhalb Jahren haben die Grünen ihr Wahlprogramm stark verändert. Sie ließen wichtige Themen wie Feminismus und Gleichbehandlung von Männern und Frauen außer Acht. Stattdessen setzen sie auf ein neues Selbstbestimmungsgesetz, das einer sehr kleinen Minderheit in Deutschland die Möglichkeit gibt, ihr Geschlecht zu ändern. Wenn ich das jemandem im Ausland erzähle und er mich fragt, was in der deutschen Politik passiert, werde ich Folgendes erwähnen. Das Selbstbestimmungsgesetz und einige andere Gesetze. Ich glaube, dass viele Menschen die Auswanderung als die richtige Lösung betrachten, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für normale Bürger. Darüber hinaus wird die Situation noch angespannter, wenn es in Ländern wie Taiwan zu Krisen kommt und alle an die Front gerufen werden. Viele haben von Pistorius Plänen gehört, aber wer ist er? Das ist eine gute Frage. Kommentieren Sie, wenn Sie Pistorius kennen. Ich bin gespannt, was Sie über das alles denken. Bis bald!